Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Portal. Jetzt habe ich gerade nicht auf die Uhr geguckt, ich war mir nicht sehr schlau. Okay, ich weiß die Zeit. So, im letzten Part haben wir die Upgrade für die zweite Portigun erhalten. Und können jetzt mittels unserer Portigun zwei Portale schießen. Das heißt, erstes... Oh mein Gott. Das heißt, ich bin dumm. Erstes Portal. Zweites Portal und durchfallen lassen. Ups. Mann. Ich bin zu blöd. Warte, ich mach's nochmal. So. Und so. Ich hab übrigens auch informiert, es gibt ein Archiv Mint, also eine Rungenschaft. Wenn wir das irgendwie 2000 Meter lang machen oder so, ganz komisch. Hab ich jetzt aber keinen Bock zu. Vielleicht mach ich das später mal. Wenn wir später mal die Gelegenheit haben, sowas zu machen. Gucken wir mal. So. Ich glaub, wir sind jetzt in Testkammer 10. Hab ich nochmal eben geguckt. Mal gucken, was jetzt für spannende Rätsel auf uns warten. Erstes dürfen wir uns wahrscheinlich wieder Glados anhören. Was hat die gesagt? Ich weiß es nicht. Okay. Wo muss ich hin? Ach, da oben. Okay. Äh, eh hoch. Ach, jetzt freu ich mich erst recht auf das Spiel. Weil jetzt beginnt, glaub ich, das richtige Rätseln. Mal gucken. Ähm. Kann ich eigentlich? Ne, okay. Ist nicht wie bei, äh, keine Ahnung. Minecraft oder Unretournament. Und wenn man Shift drückt, dass man nicht von den Kanten fallen kann. Mal probieren wir so. Zack. Und zack. Und durch. Juhu. Okay, hier bin ich schon mal. Und, äh, jetzt nach oben. Jetzt muss ich natürlich, warte mal, ich setze mich ein bisschen höher. Und kann ihn nicht einfach, warte mal, ich versuch mal. Oh, ne, ich glaub, das funktioniert nicht. Ich springe doch lieber nach unten. Okay, wartet. Wenn ich ja wieder hier durchspringen war. Oha. Muss man aber echt immer zielgenau treffen. Okay. Ah, äh. Uff. Jetzt von hier runter fallen lassen. Aber das kann ich ja jetzt hier machen. Äh. Nein. Ach, muss ich mich jetzt wieder fallen lassen? Ach, du Scheiße. Äh. Uh. Wutsch. Ach, Freunde, es macht, es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. So, ähm. Warte mal, wie komm ich denn jetzt wieder runter? Warte mal, kann ich... Äh. Nein. Scheiße. Uh. Gut, aber ich glaub, Falschaden. Dann komm ich nicht. Ja, jetzt will ich wieder hier. Äh. Also, ich kann ja... Ich kann auch einfach so machen. So, und jetzt... Wo war die Tür? Die war ganz unten, oder? Ne, die war oben. Ja, wieder fallen lassen. Wuhu, die war ganz unten. Wuhu. Ja, Freunde, ich mag das Spiel sehr gerne. Ich möchte mal kurz einen Test durchführen. Seht ihr jetzt die Maus, wie ich hier so cool achten und endlich Zeichen mache? Subseudo. Ähm. Ich muss mich da mal entschuldigen, weil irgendwie hatte ich wohl bei Fraps eingestellt, dass die Mauszeiger nicht angezeigt werden sollen. Keine Ahnung, deswegen hat man im ersten Part von Portal gar nicht gesehen, wie ich meine Maus bewegt habe, da im Intro. Auch schon gesagt, ja, wie man hier erkennt, Portal, und eigentlich war da gar keine Maus. War ein Fehler meinerseits, ist mir gar nicht aufgefallen, aber, äh, Ladedaten. Ich hoffe, äh, das ist jetzt nicht so schlimm gewesen und jetzt seht ihr hier die Maus, wenn ich zum Beispiel mal speichern gehe oder so. Und könnt ihr es bitte schneller laden. Vielen Dank. So, was ist hier los? Testkammer 13. Ihr müsst wissen, das ist nicht für mich. Ja. Ist mich hart. Äh, leg... Shell, leg das da rauf. Das war aber noch nicht alles, oder? Ich glaube nicht. Oh, da geht es richtig los. Okay. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen, gerade? Für mich sieht das ja extrem kacke aus, wie ich hier sitze, um aufzunehmen und irgendwie beeinträchtigt, dass meine Redefähigkeit, habe ich so das Gefühl. Weil mich so komisch ducken muss, wenn ich so komisch ducken muss, mein Genick dann, mein Nacken anfängt, mein Nacken anfängt wehzutun und alles doof und bin aufgewacht, habe ich schreckliche Bauchschmerzen, versteht er, ne? Äh, da ist der Knöppel. Hä, hier sind aber nur, warte mal. Stirbst du das mal? Projekte sind wichtig für ihren Erfolg. Okay, ich nehme ihn. Aber tun sie keine Tessapparate. Ja, seid ruhig. Das ist schwierig, diese, diese... Cool, ich kann hier raufgehen. Diese Büros. Seriös, seriös. Vielleicht seid ominös. Äh... So, wie soll es jetzt hier abgehen? Wo kommt das Ding da? Ich muss eigentlich nur... Number one and number two. Was, 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 was? Sterbe ich hinterher reingehe? Nein. Was bringt das jetzt? Juhu. Voll geflogen. Äh, warte mal, da ist ja... Oh. Muss ich jetzt? Ach so, warte mal, zack. Zack. Ah! Mein Gott, das wollte ich... Ich wollte da nur rangehen gerade. So, juhu. Was komisch ist, hier sind da zwei... Knöppel. Das ist das, was mich gerade so wundert. So muss das mal hier. Ups. Höh. Meine Maus hat sich gerade voll langsam bewegt. Habt ihr es gesehen? Ja, gesehen sowieso. Ne, mir wird sich meine Haustkraft voll langsam bewegt. Mann. Wo komme ich jetzt in zwei einen Knopf her? Oder muss ich da jetzt wirklich selber raufspringen? Versuchen wir es mal, wa? Ah, es bleibt ja nicht so. Wo ist denn der zweite... Würfel. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Das komische Ding, da bringt ja auch nichts, ne? Ne. Hä? Wie komme ich denn da jetzt hin? Was hat das Ding überhaupt gebracht? Warte mal, ich versuche es mal. Uh. Bam. Voll drüber. Ähm. Ich verstehe es nicht, wenn ich ehrlich bin. Damit komme ich ja nur rüber. Aber ich brauche ja noch einen zweiten Würfel. Warte mal, ich versuche mal was. Ne, durch die Tür kann ich gar nicht erschießen. Was? Doch, warte. Gehe ich mal kurz in einen anderen Raum zurück. Ah! Oh, ist das... Ah, ich verstehe. Ich verstehe es, Freunde. Guck mal. Geht die Tür zwar zu, aber ich komme hier wieder durch. Ah. Uah. Uah. Ah, so. Oh, das ist ja cool gemacht. Okay. Ich verstehe. Das war mal ein fieses Rätsel. Okay. Oh, meine Zeit habe ich... Oh, mein, legt das ab. Verpiss dich mal. Bisschen habe ich gesagt. Das war mal ein cooles Rätsel. Das muss ich jetzt mal schon so sagen. Aber gut. Jetzt ist die Tür auf und wir können uns da wieder durchballern. Das war klar. So, komm mal wieder her. Zu, 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 zu. Scheiße! Oh, mein Gott. Nein! Was kann ich eigentlich? Ich muss sagen... Das falle ich hier mal aus Versehen schon durch. Ich muss echt sagen, Freunde, mir gefällt Porte richtig gut. Mach's mal richtig knobeln. Mann, das ist geil. Da wird man können wirklich mal auf die Probe gestellt. Nicht wie in der Schule. Ich kann doch einfach so machen. Ach, egal. Ich würde auch einfach rüberschießen können. Mit dem Portal. Portal. Aber gut. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man sie vermessen. Das ist aber ganz lieb. Wie der da rausfällt. Das Ding hat mich erschlagen. Oh, Mann! Oh, nein! Oh, jetzt habe ich dieses Ding anschlagen und ich bin gesch... Natürlich. Hm. Ja, Mami. Genau. Hm. Ich glaube auch. Oh, was für... Hä? Was? Hä? Was? Warum bin ich jetzt gestorben? Loy. Okay. Sterbe ich einfach schon sinnlos. Das geht ja auch nicht. Mann, 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 ey. Das ist echt nicht zu fassen. Oh, jetzt habe ich noch ein... Jetzt habe ich auch noch ein falsches Portal gesetzt. Mann. Warte mal. Da will ich wieder rauskommen. So. Warte. Sag. Jetzt fahre ich wieder ganz komisch rückwärts raus. Nein! Bleib da! Baaah. Jetzt spiel sogar die Schwerkraft. Ich kann von den Blöcken abschlagen werden. Das ist sehr interessant. Aber gut. Wo ist das andere Portal jetzt? Achso, das ist alles noch drüben, ne? Uhu. Volltreffer. Äh. Zack. Und Zack. Achso, nee, äh. Zack. Rauffallen. Runter. Da hinschießen. Und durch. So. Ist doch gar nicht so schwer. Oh, Mann. So. Jetzt bitte da sofort rein, okay? Ja, ist ja schön, dass du das nicht mehr darfst. Nach den Tests wird man sie vermissen. Ja, ja, ja. Klar, das. Das. Ich weiß, dass du wieder scheiße laberst. Ach. Die Ladescreens sind immer schön. Da kann ich immer schön reden. Und dass mir irgendwas dazwischen brabbelt. Irgendwie so eine dumme Computerstimme. Ho, ho. Okay. So, 14 von 19. Dann denke ich mal, dass im nächsten Part der Cliffhammer... Cliffhammer... Wir leisen Testpersonen, die gamma-strahlende Hochenergie-Portal-Technologie verwenden möchten. Daraufhin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Das wäre jetzt lustig. Eure Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Kann ich nicht voll-cheaten? Aber ne, das funktioniert, glaube ich, nicht, ne? Das ist nicht so. Ne, das funktioniert niemals. Dass ich mich so rückwärts darauf fallen lasse oder vorwärts. Steht ihr? Aber ich glaube, es wird nichts. So, wuhu. Äh, vor der Nebensprung. Wuhu. Äh, falsche Richtung vor allen Dingen. Wuhu. Aber nein, es funktioniert nicht. Gut. Äh. Die Tür geht auf. Die Tür geht zu. Die Tür geht auf. Aber wenn... Achso, ne. Ich dachte, ich muss jetzt... Warte mal. Geht nicht durch die Tür. Schade. Das hätte ich mich so durchge... Ballart, versteht ihr? Aber gut. Wenn ich springe, bin ich schneller. Das ist sehr praktisch. Ah, ja. Wie soll ich da jetzt drauf kommen? Äh, da muss ich schon mal durch hier. Äh. Hä? Ja, wie soll ich den jetzt runterkriegen? Ähm. Warte mal. Muss ich vielleicht... Ja, es könnte gut gehen. Wartet. Jupp, okay. Zack. Mitgenommen. Schnell und geschwind. Oh, man. Rauflegen. Und durch. Ach, Portal ist cool. Freunde, ich mag das Spiel wirklich. Mir macht das richtig viel Spaß. So. Äh. Ich kann einfach durch. Gut. Geh ich so durch. Ah. Oh. Warte mal, hab ich jetzt noch... Nee. Aber zurück muss ich jetzt original. Okay. Meinetwegen. Ach so. Ach so. So, äh. Mach mal so schön schnell dann. Zack, zack, zack. Oh, meine Hände... Finger tun schon lange so fett. Fangen schon langsam an weh zu tun, wenn ich diese ganze Zeit rumsitze. Hab ich jetzt Blau, Portal, das Grüne, Willen, geschossen. Ich glaub, das Blaue. Jo. Wirklich sehr gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Toll. Ein Siegeslift. Gut. Äh. Gut, eine Minute hab ich noch. Die werd ich jetzt noch auf Feuerend ausnutzen, weil mir das Spiel immer so geil Spaß macht. Ich werd noch weiterspielen, aber ich kann nicht, weil es schon spät ist. Okay. Portigan, im Zweiten hat man der... Oh, cooler Screen. Im Zweiten hat man dann ja irgendwie noch, äh, eine Kartoffel obendrauf, ne? So, wie hab ich schon mal gesehen. Ich weiß nicht, was die bringt. Aber da werden wir wohl noch erfahren in Portal 2 des Plains, ne? Achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Oh, ist der Kuchen immer noch ausgeleuchtet? Oh, Mann. Das brauch ich und, ja, durchfliegen, okay. Da kann ich ja nicht durchschießen, ne? Aber ich kann mich hier irgendwo fallen lassen. Mann! Wichtiger Testapparat zerstört. Das bringt ja nichts, oder? Äh, nö. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Kann ich irgendwie, weil man wäre nicht da irgendwie durchfalle, was machen oder so? Nö. Äh, bis zur Hölle, wie geht das? Äh. Oh, jetzt verstehe ich, wie das funktioniert hätte. Okay, meinetwegen. Gut, Freunde, ich, ja, ich musste sich durchfallen lassen, weißt du, so, ähm, durchspringen durch den Boden, oben rauskommen, nochmal in den Boden und Schwung holen und durchfliegen. Das habe ich gerade zufällig geschafft. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, das war Portal für heute. Äh, mir hat es immer noch Spaß gemacht. Macht es immer noch Spaß. Wichtiger Testapparat zerstört. Oh, Errungenschaft. Kameraschau. 11 von 13. Cool. Na, dann hole ich mir doch das Achievement hier auch noch. Was macht die halt noch so? Was macht die halt noch so? Alter Schwede. Das hat keinen Sinn. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.